Hallo Kackbratzen! Bitte merken Sie eine Münze ein. Hier erfahren Sie Ihre vernünftige Lünzmelodie. Bitte merken Sie eine Münze ein. Wer sich 1996 als Rollenspiel-Fan eine brandneue N64 zulegte, hat vermutlich die wohl dümmste Entscheidung aller Zeiten getroffen. Erstens war die Playstation das Maß der Dinge und zweitens gab es auf der N64 nicht ein einziges Rollenspiel, da sich alle hippen Entwickler sich entweder eine Playstation oder eben eine Sega Saturn ins Haus holten. Und es gab wohl einen guten Grund. Während man eben in der besten Konsole der Welt und bei der Sega Saturn ein CD-Laufwerk im Plastikgehäuse finden konnte, hat sich Nintendo abermals dazu entschlossen, dass ein Speichermodul die wohl beste Lösung für die damalige Next-Gen-Konsole sei. Tradition und Sturheit war Nintendo ja schon immer extrem wichtig. Während es aber nun auf der Playstation und Saturn dank des erweiterten Speicherplatz nicht nur Raum für extrem tolle Zwischensequenzen gab, sondern auch sehr viel Platz für Rollenspiele, die mitunter 40 Stunden dauerten, konnte dem Nintendo mit der N64 wohl nichts entgegensetzen, was viele Entwickler eben davor abschreckte, für diese Konsole Spiele zu entwickeln. Abgesehen von dem größeren Speicherplatz, kostete eine CD in der Produktion auch weit weniger als ein kompliziertes Speichermodul. Aber das führt uns jetzt von Thema weg. Und nun kommt der japanische Entwickler Imagineer ins Spiel. Man hatte damals die großartige Idee, das allererste Rollenspiel für das dahinsichernde N64 zu entwickeln. 1998 war es dann soweit und man veröffentlichte im Westen und 1999 dann auch in Japan ein Spiel, mit dem man die Durststrecke aller Rollenspiel-Fans endlich beenden wollte. Holy Magic Century bzw. Quest 64 in den US of A sowie L-Tale Monsters in Japan war ein früher Versuch, ein episches, mit Statistiken gefülltes Abenteuer in ein N64-kompatibles Stück Plastik zu packen. Und obwohl es teilweise erfolgreich ist, werden sich die vielen Mängel des Spiels für erfahrene RPG-Veteranen wahrscheinlich als zu viel erweisen. Die Geschichte von Holy Magic Century folgt einem Magierlehrling namens Iron. Allerdings nur in der PAL-Version. In der US-Version hört der junge Bursche auf den Namen Brian. Brian? Nein, nein, Brian! Au! Und in der japanischen Version? Haltet euch fest! Jean-Jacques Mikal Warum? Man weiß es nicht. Aber der japanische Name klingt meiner Meinung nach irgendwie am besten. Iron, oder eben Jean-Jacques, macht sich nun auf eine gefährliche Reise, um seinen Vater zu finden, der auf unerklärliche Weise verschwunden ist, während er gleichzeitig versucht, die sagenumwobenen Bücher von A-Tale wiederzufinden. Dazu muss er, und ihr habt es wahrscheinlich schon vermutet, die magische Insel durchqueren, Monster besiegen und McGuffins sammeln, die in diesem Fall elementare Edelsteine sind. Und wer jetzt noch nie etwas von Zeltland gehört hat, sollte ganz schnell mal in seinem Wirke-Weltatlas nachsehen, wo wir das wunderbare Land der Feen gleich links neben England finden. In der Geschichte ist nicht viel los. Das Storytelling ist im Großen und Ganzen ziemlich spärlich und um nur einen Hauch von der Story zu verstehen, muss der Spieler sich mit den vielen NPCs im Spiel unterhalten, um wenigstens einen kleinen Einblick in das Geschehen in der Welt zu bekommen. Es ist eine ziemlich eintönige Angelegenheit, aber von Zeit zu Zeit lässt Holy Magic Century zu, dass seine Persönlichkeit in einzelnen Momenten wie abgestandenes Sprudelwasser an die Oberfläche sprudelt. Leider gelingt es dem Spiel nie, aus diesen Intrigen wirklich Kapital zu schlagen. Die Dialoge während des gesamten Spiels sind unglaublich kurz und fast alles ist optional. Wenn man nicht aufpasst, kann man locker an einer eigentlich wichtigen Figur vorbeilaufen und wenn man sich dessen bewusst wird, dass man irgendwas verpasst hat, befindet man sich schon in der neuen Gegend und der Weg zurück wird für immer versperrt sein. Holy Magic Century macht dem Spieler nie klar, ob ein Charakter nun wichtig ist oder nicht. Manchmal trifft man auf eine Person, von der man sich entweder einen Sack voll Informationen erwartet oder sogar eine kleine Belohnung. Und dann? Nichts! Und das Spiel hat tonnenweise dieser Momente, mit denen man absolut seine Zeit verschwenden wird und das beschissene graue Ding aus Plastik einfach nur in den Mülleimer donnern möchte. Wer jetzt ein klassisches Rollenspiel erwartet, wird vielleicht ein wenig enttäuscht sein. Holy Magic Century passt eher in die Reihe eines traditionellen Rollenspiels, in dem man seine Statistiken noch auswürfeln musste. Aber man hat einige neue Aspekte ins Spiel geworfen, um der alten Suppe etwas mehr Würze zu verleihen. Das Spiel wirkt wie eine Mischung aus Mario 64 und Rollenspiel. Es lässt sich auch in etwa so steuern, nur dass unser Held nicht springen kann. Man läuft also in einer 3D-Landschaft rum, spricht mit NPCs, sucht Schatztruhen und verkloppt Monster. Es gibt sogar eine Reihe netter Details, wie zum Beispiel den Übergang von Tag zu Nacht, aber die Auswirkungen auf das Gameplay sind leider minimal. Am auffälligsten ist aber, dass man auf die Verwendung eines typischen Level-Systems komplett verzichtet hat. Stattdessen gibt es eine separate Aufwertung der Statistiken auf der Grundlage individueller Faktoren. Seine Beweglichkeit wird man auch tatsächlich nur verbessern können, wenn man sich lange genug in der Welt bewegt oder oft genug kämpft. Die Mana-Anzeige wächst durch die Häufigkeit von magischen Attacken. Wenn der Charakter beispielsweise häufig getroffen wird, erhöht sich die Verteidigung und den Rest könnt ihr euch ausmalen. Wer viel Geduld hat, wird in der Spielwelt auch Elementarsteine finden, mit denen man seine Fertigkeiten sofort verbessern kann. Dies gibt zumindest einen kleinen Anreiz dafür, warum man mit der langweiligen Welt überhaupt noch Zeit verschwenden sollte. Es gibt kein Klassensystem, sondern man konzentriert sich fast ausschließlich auf Elementarmagie, was aber das Spiel nicht unbedingt langweiliger macht. Wenn man eine neue Stufe erreicht, kann man seine neuen Punkte auf jede der vier Elemente verteilen, um seine Fähigkeiten zu verbessern und neue Zaubersprüche je nach Kategorie freischalten. Im Prinzip ist das ein schönes und schlankes System, das auch noch jeder Fortnite-Spieler versteht. Der kleine Kevin Pascal beherrscht mit seinen Zaubersprüchen Erde, Wasser, Feuer und Luft und kann diese vier Elemente nach seinen Wünschen und zur Enttäuschung seiner Feinde verändern und kontrollieren. Spieler können beispielsweise Erde und Feuer mischen, um einen mächtigen Lava-Zauber zu erschaffen, was eigentlich eine ziemlich coole Mechanik ist. Allerdings gibt es da ein Problem. Holy Magic Century setzt leider den Anreiz, dass man sich auf einen bestimmten Zweig spezialisiert. Allerdings verpasst man damit die Chance, seine Punkte auf einen anderen Zweig zu verteilen, in dem sich vielleicht ein wertvoller Zauberspruch versteckt und diesen vielleicht für immer verlieren wird. Man sollte sich also vor dem Spiel eine Komplettlösung ausdrucken, um nicht irgendwann in einer Einbahnstraße zu landen. Aber am Ende wird man ohnehin auch nur mit einem einzigen Zauber ganz gut zurechtkommen. Was es in Holy Magic Century auch nicht gibt, ist ein Item-Shop, was für ein Rollenspiel schon ziemlich verwirrend ist. Mag ja sein, dass ein unkompliziertes System zwar ganz nett ist, aber nett ist auch nur die kleine Schwester von Scheiße. Da es keine Shops gibt, wird man auch im Spiel keine Form von Währung finden. Alle Items im Spiel muss man entweder finden, oder man bekommt sie von irgendeinem Dorfbewohner geschenkt. Es gibt auch keine Ausrüstung, mit denen man seinen Charakter verbessern kann, was das Erfüllen von Nebenquests komplett überflüssig macht, weshalb man sie bei der Entwicklung auch komplett weggelassen hat. Der einzige Weg, Malte Sören zu verbessern, geht nur über die Magie und das ist wohl die langweiligste Form eines Rollenspiels, die wir vermutlich je gesehen haben. Da es in Holy Magic Century im Prinzip nur die Hauptgeschichte gibt und nicht einen Furz von Nebenmissionen, ist das Spiel ein unglaublich lineares Erlebnis, was für ein Rollenspiel eigentlich ein Todesurteil ist. Holy Magic Century verwendet ein Zufallskampfsystem, das man schon aus vielen anderen Rollenspielen kennt, aber auch hier schafft es das Spiel eine komplett langweilige und absolut frustreiche Erfahrung zu schaffen. Die Häufigkeit der Zufallsschlachten geht auf keine Kuhhaut und am schlimmsten ist, dass man ganz ohne Partymitgliedern in den Kampf gehen muss, was diese Handgemenge zu einer unendlichen Plackerei machen. An sich wäre das Kampfsystem auch gar nicht mal so übel, nur die Umsetzung ist halt kacke. Grundsätzlich geschieht der Kampf in Echtzeit, was im Prinzip schon ganz cool ist. Spieler können herumlaufen und versuchen den feindlichen Angriffen während der Schlachten auszuweichen und zu entkommen, indem sie sich außerhalb der achttäckigen Zonen bewegen, die das Schlachtfeld unterteilen. Das Problem ist allerdings nur, dass man selbst auch aufpassen muss, dass man nicht zu weit entfernt oder zu dicht am Gegner dran steht, denn sonst gehen die eigenen Angriffe ebenfalls ins Leere. Jetzt habe ich vorhin gesagt, dass es in Holy Magic Century absolut keine Nebenquests gibt. Anscheinend hatte man während der Entwicklung allerdings andere Pläne, denn in der Welt wimmelt es beinahe nur so von Hinweisen zu Nebenaufgaben und anderen Kram, der es nicht mehr in die finale Version des Spiels geschafft hat. Es gibt NPCs, die auf versteckte Dungeons hinweisen und einige von ihnen haben sogar noch Fetzen von einer eigenen Story auf den Lippen, die keinen Bezug zur Hauptgeschichte haben. Von den zig Referenzen, auf die man während des Spielens stoßen wird, gibt es aber am Ende nicht die geringste Spur. Es gibt sogar Hinweise auf Partymitglieder. Unser kleiner Held hätte also in der ursprünglich angedachten Version des Spiels nicht alleine all die lästigen Kämpfe bestreiten müssen. Man darf sich wirklich fragen, was bei der Entwicklung des Spiels eigentlich schiefgelaufen ist. Oder lag es am Ende einfach am Speicherplatzmangel des N64? So gesehen wirkt Holy Magic Century wie ein komplett unfertiges Spiel, das man in Windeseile zusammengeflickt hat. Aber wenn wir uns dann die Grafik des Spiels anschauen, dann muss man nicht unbedingt die Schuld im begrenzten Speicherplatz suchen. Zunächst muss man sagen, dass man sich im Prinzip sehr viel Mühe gemacht hat, denn im Vergleich zu vielen 2D-Pixel-Rollenspielen, die es zu dieser Zeit immer noch gab, hat man die komplette Welt in 3D erstellt. Wie durch ein Wunder gibt es nicht mal eine Menge Nebel wie in vielen anderen N64-Spielen und grundsätzlich ist der ziemlich einfache Stil trotzdem ziemlich gut gelungen. Die Wüsten sind vielleicht aus heutiger Sicht irgendwelche wild zusammengewürfelten Sandhaufen, aber im Vergleich zu anderen Wüstenlevel aus dieser Zeit, hat man hier wirklich die wohl beste Imitation einer Wüste geschaffen, die man damals in einem Videospiel finden konnte. Aber auch Städte und Burgen sind wunderschön und so ist ein Spaziergang durch die Dörfer und die Erkundung der Innenräume von Gebäuden immer wieder beeindruckend. Sogar die Gegner sehen recht gut aus. Einige der Gegner-Designs sind ziemlich kreativ und es gibt eine recht große Auswahl. Nur was die Bosse angeht, ist den Grafikern wohl etwas die Lust vergangen. Anstatt riesiger Monstrositäten könnten die Bosse mit einem durchschnittlichen NPC verwechselt werden. Insgesamt sind aber nur wenige Feinde, einschließlich der Bosse, deutlich größer als unser kleiner Held. Was den Sound angeht, so ist die Musik in Holy Magic Century eine wirkliche Überraschung. Die gut komponierten Melodien erinnern irgendwie an die klassischen Rollenspiele aus den Hauses Square Enix und untermalen das Geschehen auf dem Bildschirm hervorragend. Es ist zwar nichts bahnbrechendes, aber es gibt eine ganze Reihe an Songs, die definitiv ins Ohr gehen. Es ist wirklich bedauerlich, was man mit Holy Magic Century angestellt hat. Man hat hier mit Biegen und Brechen versucht, das allererste Rollenspiel für das N64 zu veröffentlichen und vom Prinzip her hätte das Spiel so enorm viel Potenzial gehabt. Aber aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen hatte man die Schere angesetzt, womit am Ende nur noch ein Haufen Kot übrig blieb. Allerdings mit sehr viel Glitzer drauf, denn wie gesagt, Holy Magic Century ist kein schlechtes Spiel. Ich weiß auch gar nicht, warum das Ding so sehr gehasst wird. Gut, die Story ist sau schlecht geschrieben, aber vermutlich ist sie auch nur so schlecht verständlich, weil man an jeder Ecke irgendwelchen Content weggeschnitten hat. Dasselbe gilt auch für das Gameplay. Das Spiel ist unglaublich linear, was das Spielerlebnis auf Dauer extrem langweilig macht. Es fehlen eindeutig ein paar Nebenmissionen, die man ebenfalls gekürzt hat. Am Ende wird Holy Magic Century unter der Last seiner allzu häufigen Monsterbegegnungen und langweiligen Bosse erdrückt, was zu einem lediglich mittelmäßigen Spiel führt und so haben sich die Entwickler am Ende doch ein eigenes Grab geschaufelt. Und das macht es auch so schwierig, dieses Spiel zu empfehlen. Wer ein ausgereiftes Rollenspiel sucht, mit einer Hülle von Missionen und einer schönen Story, der sollte vermutlich Abstand nehmen. Wer aber etwas Mut mitbringt und vielleicht auch ein wenig Geduld, der kann mit Holy Magic Century ein paar nette Stunden verbringen. Man sollte eben keine allzu hohen Erwartungen haben. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala Tritra 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 Tritra